Wie viel mehr Rente könnte es denn zum 1.7.2024 geben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wenn es nach der aktuellen Lohnentwicklung, der Nettolohnentwicklung des Nettolohnindexes 2023 geht, dann müsste es sozusagen zum 1.7.2024 wirklich eine Mega-Rentenerhöhung geben. Mega deshalb, weil ich davon ausgehen könnte, dass auf jeden Fall aufgrund der Statistiken auch der vergangenen Jahre, wo wir deutlich geringere Nettolohnerhöhungen oder wo der Index deutlich geringer war, auch dann zum Beispiel 2022 eine doch ordentliche Rentenerhöhung in Ost und West hatten. Sie können sich noch daran erinnern an die Prozentwerte. Jetzt haben wir für die letzten drei Quartale im Jahr 2023 hatte ich einen Nettolohnindex mal ausgerechnet von knapp 6,2% Lohnerhöhung. Aber, meine Damen und Herren, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn die Rentenerhöhung folgt natürlich der Lohnentwicklung, das ist ganz klar. Wenn es danach ginge, müsste es eigentlich richtig nach oben gehen. Aber wir haben ja dummerweise auch noch die Schätzung aus dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung aus dem letzten Jahr 2023. Und da wurde gemutmaßt so um die 3,5%. Ich möchte mich gar nicht so sehr an diesen Spekulationen beteiligen, wie viel das jetzt wirklich konkret ist. Aber wenn ich davon ausgehe, dass die Nettolöhne oder dass die Löhne insgesamt in Deutschland im Jahr 2023 wirklich im Vergleich zu 2022 und im Vergleich zu 2021 deutlich nach oben gegangen sind, dann müsste es eigentlich aus meiner Sicht auch eine wirklich sehr, sehr gute Rentenerhöhung zum 1.7.2024 geben. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal ganz langsam aufhören zu spekulieren. Wir warten einfach ab, was der SPD-Minister Hubertus Heil, wenn er denn bis dahin noch Minister sein sollte, wir wissen es ja auch nicht, dann Ende März 2024 an Zahlen bekannt geben wird. Ich bin auch schon richtig gespannt, was dann los ist. Ob ich dann von vielen Prügel bekomme, weil ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, naja, es müssten auf jeden Fall 6, 7% sein. Oder ob es die 3,5% sind, so wie die Bundesregierung oder wie der Rentenversicherungsbericht mutmaßt, ich weiß es nicht. Aber letzten Endes, ich gehe davon aus, wir werden auf jeden Fall eine Rentenerhöhung bekommen. Ob sie traurig ausfällt oder superklasse ausfällt, schauen wir mal. Wir werden es sehen. 30. bis 30. März 2024. Dann werden wir es auf jeden Fall wissen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Röppel. Das ist eine Redentlinie. Das ist eine Röppel. Die Röppel ist ein sehr guter Platz. Untertitelung des ZDF, 2020